Musik Wie heißt du? So, bitte. Beide, beide, zusammen. Gehst du schon zu schütteln? Vera! Wo sind denn deine Eltern? Frau. Misha, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden? Was hast du dieser Frau gesagt? Nichts. Was macht ihr da? Unterricht. Toller Lehrer, bringst deinem Sohn falsche Sachen bei. Misha, jetzt ist Schule. Also kann ich nicht in die richtige Schule, die ist ja gleich da vorne. Papa, kann ich raus? Wie ist denn? Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020